Kannst du, dass er mal zuschnappt? Hast du das schon mal erlebt? Nee, glücklicherweise nicht. Alle Finger sind noch da. Das stelle ich mir ganz krass vor, wenn der die Frau ist. Mit 34 schon Professor? Also für mich ist das so wie ein Genie. Also es wird nicht langweilig. Es ist jede Nase wirklich wieder eine Herausforderung. Hast du denn deine Nase? Ja, das ist was. Hast du die Operierende? Ja, kein Mensch wird auf die Idee kommen, sich ein Poster an die Wand zu hängen von irgendeiner Nase. Also wie siehst du das mit Bill Gates? Es ist komisch, ne? Der eine sagt so, der andere so. Aber wie gesagt, ich habe keine hundertprozentige Beweise dafür. Deine Familie wird bedroht. Alles, da musst du Gas geben. Ich will einmal, dass du... Er bleibt einfach H&O-Arzt. Radio Onnastar. Was heißt denn das, Radio Onnastar? Wenn du dich konntest, dann lernst du halt Radio Anders. Anderes Radio, also Radio Onnastar. Wenn ihr soweit seid. Sind wir soweit? Hallo, ich bin der Harald. Wir sind jetzt bei Bülens Podcast Radio Onnastar. Der ist gerade noch kurz unterwegs. Und ich soll aber den Gast schon mal... Ja, halt mit ihm retten. Ich bin der Harald und das ist der Professor... Dr. Van Igel. Frank Riedel. Frank Riedel, gell? Sind wir bei du, oder? Auf jeden Fall. Das ist geil, Herr Professor Dusser. Ich wollte schon immer zum Professor... Hey, Frank, alles klar. Frank, pass auf. Du bist... Du bist... Harn... Sagst du mal? Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Hals-Nasen-Ohren-Arzt, also Harn-Ohren-Arzt. Genau. Ja, und was will ich jetzt retten? Ja, ich bin mal gespannt, was... Okay. ...wenn du dich nachher fragt? Ja, ich hätte auch ein paar Fragen. Zum Beispiel... Gerne, gerne. Es ist so... Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Jetzt so mit der Corona, ne? Ich habe so oft schon Halskratzen gehabt. Und dann hat meine Mutter gesagt, das ist bestimmt wieder so... Weil ich bin allergisch. Und jetzt weiß ich, der Unterschied nicht ist Corona oder ist es nur Allergie? Ja, theoretisch kann es beides sein. Kommt natürlich so ein bisschen auf die Vorgeschichte an. Wenn es natürlich eine lang bestehende Allergie ist, dann ist klar, dass da du auch selbst in dich reinfühlen kannst, ob die Symptome... Ich kann mich neu fühlen. Ja. Ob das die Symptome sind, die du kennst. Und dann hängt eben davon ab, hattest du Kontakt mit Personen, die eben... Ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zu Personen. Ja, also wenn man eben so alleine und isoliert lebt, wie du sagst... Ja, deswegen habe ich ja... Ich habe mir einen Aufruf gemacht. Ich meine, jetzt sind ja Gott sei Dank so ein paar Lockerungen, ne? Aber als es mit der Ausgangssperre war, habe ich gesagt, ich suche asoziale Kontakte, weil soziale sind verboten. Aber selbst die asoziale haben sich nicht mehr gemeldet. Und das ist halt schon... Das ist frustriert. Aber jetzt als Hals, Nase, Ohrrat... Da kommen... Ich meine, du siehst schon nicht... Du bist schon ein bisschen vom Typ her wie der Nowitzki. So, ne? Groß, sympathisch. Ich gebe mein Bestes. Naja, und dann kommen hier Frauen und ich sage, Ah, hier ist ja falsch. Und dann machen die so, ne? Und dann guckst du neu. Kannst du, dass ihr mal zuschnappt? Hast du das schon mal erlebt? Ne, glücklicherweise nicht. Alle Finger sind noch da. Ne, ich meine, dass ihr dir in die Liebe neu beißt. Also so, weißt du, guckst du so neu in den Hals. Das stelle ich mir ganz krass vor, wenn die Frau so... Hast du nie, so nie eine gekommen, die gesagt hat, Ah, du bist aber ein geiler Professor. Also, so ist es vielleicht nicht gesagt, aber so vom Gefühl her. Hast du das schon mal so... Würdest du sagen... Ne, also, wie gesagt, so eine erotische Vibration in der Praxis herrscht eher nicht, würde ich sagen. Aber zu dir kommen doch viele Frauen. Du machst ja auch, glaube ich, Nase. Genau, also, ich sehe viele Junge und teilweise auch wirklich, wirklich hübsche Patientinnen, die kommen. Alle gucken du schon. Ja, klar. Das ist schon schön anzuschauen, aber trotzdem ist es dann doch irgendwie auf einer sehr professionellen Ebene. Ja, ja, das ist klar. Muss ja. Und was so schön... Wenn man so in den Hals hineinguckt, was gibt dir das so vom Gefühl her? Warum wird man halsnah so... Ist es so... Ich stelle mir das so vor, okay, jetzt mache ich Abitur, ne? Ja. Und dann... Und dann überlege ich, okay, ich werde Arzt. Und dann habe ich ja gesagt, ach, ich kann gut leiden, der Hals hineingucken, weil ich groß bin, oder... Da stelle ich mir dann... Ja, wieso? Ja, das ist... Da muss ich mir... Was macht dich auch an dem Job? Das bin ich mir froh. Weil für mich, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich mittags aufstehen kann. Das ist für mich schon Stress. Aber für dich, du musst schon schaffen, schaffen, und dann husten, und dann verfaulte Zähne, siehst du auch noch, die wolltest du gar nicht sehen, weil du bist ja kein Zahnarzt. Machen sie den Mund auf, dann haben sie hier noch einen Popel hängen, dann schneuzen sie dir vielleicht aus Versehen, das Gesicht ist mir mal passiert, war ich beim Haaren, da habe ich so niesen, da ist voll der Grüne raus, gesagt, ha, schön war es nicht, aber so, was soll ich machen? Da hat es so krumm gemacht, dann hat es gejuckt. Und das, das stelle ich mir so ein bisschen... Oh, ich stelle, warte mal, die Tür kommt gleich. Also, aber wir reden noch mal so privat, ja? Gerne, gerne. Kommst du mal vorbei in der Praxis? Ja. Gucke ich mal in deinen Hals, gucken wir mal, was sich da für Gefühle entwickeln. Naja, also ich bin aber nicht von der Seite, da musst du nach Köln. Aber ich finde den Frank super, der ist cool, aber ich muss jetzt los, weil wir haben nicht darüber geredet, worüber wir reden, nicht, dass ein Bühlen jetzt sagst, der ist ein bisschen, spinnig. Ja, ich weiß zu schweigen. Okay. So, und jetzt geht's los mit dem Türk und dem Professor. So, jetzt bin ich hier. Ey Frank, ich hoffe, es ist okay, dass der Harald dich da, ich hab das ein bisschen mitgekriegt, dass der dich da mit sexuellen Fragen oder was weiß ich. Aber Leute, ganz kurz, ich würde natürlich auch als Harald nicht einfach einen Professor Doktor solche Fragen stellen wie der Harald, wenn wir nicht so gut befreundet werden. Muss man ganz so sagen, wir kennen uns ewig, Frank. 12 Jahre, 13 Jahre jetzt, genau. Und als du zu mir das erste Mal gesagt hast, dass du auch eigentlich auch Professor bist, Professor Doktor, weil da stellt man sich irgendwie, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man stellt sich dann so, so, ja, ich bin Professor und so. Also man stellt sich da so, so ein, ja, so ein geknickter Typ, so ein Einstein, aber du warst da schon mit 34, mit 34 Professor, das muss man sich mal vorstellen. Und du beim Stefan Raab beim Turmspringen zur selben Zeit. Da haben wir uns kennengelernt. Ach, das war mal. Aber du warst ja mit 34 schon Professor. Ich meine, das ist ja, also für mich ist das so wie ein Genie, ne? Das hört sich nicht gut. Da gehört schon auch viel Glück mit dazu. Ich hatte echt einen tollen Chef, der mich sehr gefördert hat, sehr unterstützt hat und dann, ja, kam so eins zum anderen. Und vor allem voll locker, dass du so locker bist, ne? Ich glaube, du hast ja auch mehrere Awards schon gekriegt. Die großen Apfel oder was? Genau, ja, so hieß das. Von Studenten, die dich, weil die gesagt haben, du bist der lockerste Prof, der coolste Prof, den wir kennengelernt haben. Das finde ich ja schon witzig. Ja, also Unterricht mit Studenten macht immer mega Spaß. Und man mag ja auch irgendwie ein bisschen Werbung machen für sein Fach und so den Enthusiasmus weitergeben. Und ja, dann habe ich das halt mit viel Engagement gemacht oder mache es eigentlich immer noch sehr, sehr gerne. Aber ist ja schon cool, wenn man dann so, wenn man dann ja von Studenten so diese Bestätigung kriegt, dass man eigentlich cool ist. Das ist ja schon auch etwas Besonderes irgendwo, oder? Ja, schon. Also das hat mich natürlich mega gefreut. Und irgendwie, man erinnert sich ja an seine eigene Studentenzeit zurück und denkt sich halt, mein Gott, man hätte es doch auch interessant darstellen können. So ein langweiliger Frontalunterricht, wo im Prinzip der Text vom Lehrbuch einfach runtergegrattert wird, so ungefähr. Das ist natürlich mega langweilig. Deshalb bin ich in viele Vorlesungen auch gar nicht gegangen, weil ich kann ja auch zu Hause durchlesen. Aber man kann das ja irgendwie auch schön plastisch darstellen mit viel Bildern und Videos, dass die Leute auch richtig Bock drauf kriegen, das dann auch zu machen. Apropos plastisch, das ist das eigentliche Stichwort. Okay. Viele, die jetzt erst zuschalten oder jetzt reinhören oder wie auch immer, man muss dazu sagen, der Frank ist ja Harnohrarzt eigentlich. Also Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und da hast du dich natürlich spezialisiert, aber auch auf Nasen. Da bin ich auf jeden Fall. Mit meiner Kanackennase. Ich frage gerade der Richtige. Aber du bist ja, das kam erst so. Also man muss ja, Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, es ist jetzt nicht hier einfach, da sitzt jetzt nicht einfach ein Prof. Dr. Harnohrarzt und auch sitzt nicht einfach da, weil es ein guter Freund ist. Natürlich auch, weil er total sympathisch ist und weil wir coole Geschichten haben. Wir werden über Corona, wir werden über alles Mögliche dich heute befragen. Also verschiedene Themen. Aber um das mal locker reinzuholen, ein kleines Thema Corona oder wie auch immer. Aber Nasen, das heißt, als ich dich noch kennengelernt habe, vor zwölf Jahren oder dreiv, da hat es schon angefangen, glaube ich. Aber da warst du, sag ich mal, noch nicht so ein Superstar in der Hinsicht, was Nasen-OP angeht, weil jetzt kommen sie ja weltweit zu dir, von Australien, von Amerika, von überall. Du musst mir vorstellen, nach Mannheim, nach Monheim, kommen die, um von dir operiert zu werden. Das ist schon, also... Also die Begeisterung für das Fach, die war schon viel länger da. Ich war schon als Student eigentlich auch mehr oder weniger Zufall. Es war so glückliche Fügung. Ich wollte unbedingt in London mal eine Zeit lang sein und bin nach London gegangen in eine HNO-Klinik. Mir ging es primär darum, London zu erkunden und ein bisschen was zu sehen und so. Harald würde jetzt fragen, in welchem London? In dem Trim, in einem anderen Land. Und dann witzigerweise war eben dort auch zweimal die Woche ein Arzt, der dort Nasen operiert hat. Und das war zu der Zeit eigentlich in ganz Europa so der angesehenste Nasen-Operateur. War mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst, aber der war eben auch, der war unheimlich lustig, hat viel erzählt, viel erklärt bei den OPs und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, mit dem im OP zu sein. Sodass ich da auch wirklich regelmäßig dort war und dann an den Tagen auch London ein bisschen hinten angestellt habe, sondern zu dem wollte ich, bei dem wollte ich gucken und das hat einfach unheimlich Bock gemacht. Aber du warst doch auch in Pittsburgh. In Pittsburgh war ich tatsächlich zum Forschen. Da habe ich, ich habe meinen Professor sozusagen im Bereich Krebsforschung gemacht. Da war ich ein halbes Jahr in Pittsburgh, in so einem Cancer-Institut. Aber in Chicago war ich auch bei so einem eigentlich weltweit dem angesehensten Nasen-Operateur. Und da war ich auch ein paar Wochen über ein Stipendium und da habe ich unheimlich viel so von der heutigen Philosophie, wie ich so rangehe, wie ich operiere und so, habe ich eben dort gelernt. Und das war auch unheimlich spannend. Und das waren so, warum hat dich das so interessiert mit Nasen-Operateur? Ich meine, das, was der Harald vorhin schon so vielleicht auf seine Art gefragt hat, aber interessiert mich natürlich auch als Bülent. Wie kommt man dazu? Wirklich? Bei mir ist es so, mich fragen sie immer, wie kommt man dazu, Comedy zu machen? Ich sage dann immer, ich habe es schon immer geliebt, Leute zum Lachen zu bringen. Es tat mir immer gut, Menschen zu entertainen, zu unterhalten. Das hat mich glücklich gemacht und da musste ich selber nicht so viel lachen. So war das immer für mich. Wenn die anderen lachen, brauche ich nicht so viel lachen. Aber du kannst ja nicht sagen, wenn die alle anderen Nasen geil aussehen, kann ja meine hässlich aussehen. Ich meine, du hast ja auch keine Hässlinge. Aber weißt du, ich meine, was ist denn da, was ist denn dein Antrieb, jetzt zu sagen? Oder sagst du, okay, finanziell, Mashallah, Alhamdulillah, Nasen-Operateur. Ich meine, das muss man ja auch dazu sagen. Man redet ja über sowas nicht, so in Deutschland schon gar nicht. Aber es ist schon so, dass man sagen kann, du machst, du lebst hauptsächlich mittlerweile von Nasen-OPs. Also du machst ja nicht mehr, du guckst vielleicht mir ab und zu noch meinen Hals, weil ich das möchte. Aber du, ne? Aber es muss doch ein, jetzt abgesehen davon, also ich kenne dich ja als authentischen Typ, als einen, der sagt, es muss mir Spaß machen, ich muss es wollen. Und du machst auch vieles, du kriegst auch ganz andere Angebote, was weiß ich, die Influencer, die mit dir arbeiten wollen und so, wo du sagst, nee, ich muss jetzt nicht alles machen wegen Geld oder dies und das. Also so ein Typ bist du ja nicht und so kenne ich dich auch nicht. Aber was treibt dich da an? Wie kommt es, dass du sagst, ich wollte Hals, Nasen, Ohrenarzt werden, weil liegt es an der Vergangenheit, liegt es an der Geschichte, die du erlebt hast oder, und vor allem, warum hast du dich dann spezialisiert? Das würde ich gerne wissen. Also zum einen, oder als allererstes muss man sagen, ich wollte immer, immer, immer schon Arzt werden. Also ich hatte vielleicht mal eine ganz kurze Phase als kleiner Junge, wo ich die Müllmänner bewundernd angeguckt habe, weil die hinten draufstehen. Oder Packerfahrer. Genau. Nee, aber die Jungs stehen hinten drauf auf dem Müllwagen und dann so aufspringen und wieder runterspringen. Die übrigens auch sehr wichtig sind. Ohne die wird mehr im Dreck versinken. Genau. Also die habe ich bewundert eine Zeit lang und dann bin ich umgeschwenkt auf Arzt und wollte immer Arzt werden. Und warum? Weil du Menschen helfen wolltest. Ja, das hat mich einfach, natürlich war ich ein bisschen familiär geprägt. Mein Opa war Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Ach, dein Opa war Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Also ich bin sozusagen dritte Generation bei uns in der Familie. Davor waren es, glaube ich, Zugführer oder Bahnhofsvorsteller, ich weiß nicht, irgend sowas. Aber dann eben zwei Generationen H&O-Ärzte. Dann wollte ich also primär immer Arzt werden. Das war für mich erst mal faszinierend. Und dann auf gar keinen Fall Hals-Nasen-Ohren-Arzt, weil eben der Papa das war und man will ja irgendwie was anderes machen. Also hatte ich eine lange Phase im Studium so, bis ich dann eben in London war. Da ging es mir ja primär nach London zu kommen. Bin dann an der H&O-Klinik gelandet, durch Beziehungen musste irgendwie da hinkommen und da hat es mich dann gepackt, dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich das, was dein Papa da macht, ist gar nicht verkehrt. Das interessiert mich auch. Es ist ja oft so, dass man sagt, das, was die Eltern, man will ja erst mal anders sein als die Eltern. Genau. Und am Ende merkt man, man ist eigentlich genauso wie sein Vater. Es muss ja irgendwie, du musst ja das irgendwie, also ich persönlich hätte jetzt keine Lust, da jemanden irgendwo da reinzugucken und das muss ja schon, da muss ja irgendeine Basis her, wahrscheinlich von Vater, von Opa, dass du damit schon, dass es dir liegt, vielleicht auch, du hast auch die Bestätigung wahrscheinlich, kriegst, ey, der kann das, aber gut, und vor allem, ich denke mal, sobald die Leute sagen, ey, du hast mir so geholfen, ich glaube, da kommt ja dann dieses, was du immer wolltest, als Arzt helfen, jemanden gesund machen. Und ich glaube, dass, und wenn du merkst, das ist so dein Ding, aber wie kam das dann zur Nasen-OP? Also, wie gesagt, einmal durch die Begeisterung, durch das Kennenlernen da in London und dann irgendwie hat es so diese Mischung eben aus Medizin, aber auch so ein bisschen dieses Plastische, auch ein bisschen Schönheit, was da so mit dran hängt, das fand ich irgendwie eine spannende Mischung und das hat mich fasziniert. Tatsächlich aber, ich sehe mich gar nicht so als Künstler, wie du das eben gesagt hast, sondern das ist schon, das kann man sich, glaube ich, als Außenstehner gar nicht so vorstellen, aber die, jetzt speziell die Nasen-Operation, die gilt eigentlich so als die Königsdisziplin in der plastischen Chirurgie. Das ist der anspruchsvollste und schwierigste Eingriff. Echt? Und das ist technisch. Nasen-OP? Ja. Und das ist technisch, also ich glaube, da wird auch jeder zustimmen, jeder plastische Chirurg, jeder Nasen-Chirurg. Das ist so schwierig. Weil sie das Gesicht komplett verstellen kann. irgendwie ist doch jede Nase gleich, aber tatsächlich ist doch so, dass... Nee, also nicht jede Nase gleich, das habe ich selbst alleine. Man denkt, da ist so ein bisschen Knochen, ein bisschen Knorpel, ein bisschen Haut drüber. Also meinst du? Irgendwie ist es doch immer so das Gleiche. Aber es ist, die anatomischen Varianten sind doch so riesig, dass eigentlich kaum eine Nasen-OP ist wie die andere. Und man muss sich sehr individuell zurechtfinden auf die jeweilige Situation. und das, also es wird nicht langweilig. Es ist jede Nase wirklich wieder eine Herausforderung. Hast du denn deine Nase... Ja, das ist was... Hast du die operiert? Ja, tatsächlich ist meine Nase auch operiert. Nee. Da war ich... Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Doch, doch. Da kannten wir uns noch nicht. Aber Moment, so richtig wegen Schönheit oder wegen... Weil du... Im Grunde ja. Also ich habe... Da war ich 18 Jahre alt. Hast du das Sinken gehabt? Ja, war schon. Ja, nicht so. Keine Nackenase? So ein bisschen. Nee, ich wollte... Ich habe halt früher Fußball gespielt, habe da ein paar Mal Ellbogen oder Kopf oder so auf die Nase, habe mir ein paar Mal die Nase gebrochen und hatte dann halt... Die war ein bisschen schief und ich hatte so einen Höcker entwickelt und war auch so ein kleines Knochenstück, was ich da hin und her schieben konnte. Ach. Und ich habe keine Luft gekriegt. Also musste ich eh funktionell operiert werden, dass ich halt besser atmen kann. Ich hatte ja auch immer Nasenscheinwand... Genau, sowas musste gemacht werden. Weil ich da zu viel Luft, zu wenig Luft gekriegt habe von der einen Seite. Aber da... Aber ich bin aufgewacht, da sah ich erstens noch schlimmer aus und zweitens... Also ich habe gedacht, ey, was ist das? Ne? Es war irgendwie... Also ich habe meine Augen nicht mehr gesehen und das Zweite war natürlich, dass danach die Nase wieder so war wie immer. Also schief. Ja, so eine reine Scheidewandkorrektur ändert ja eigentlich auch an der Form nichts. Aber das sollte halt bei mir auch gemacht werden, dass ich besser atmen kann. Und dann war irgendwie... Wie gesagt, ich war 18. Ich habe mich jetzt nicht so aus Schönheitsgründen mit dem Thema beschäftigt, sondern mein Papa hat das irgendwie für mich organisiert. Geh in die Klinik, lass das machen. Dann machen wir dieses kleine Ding da mit weg. Und dann hatte ich halt danach eine gerade Nase. Aber trotzdem war es halt so... Aber verändert es nicht einen so ein bisschen vom Charakter? Guck mal. Ich finde mal, statistisch gesehen, lassen ja meistens Frauen ihre Nasen operieren. Oder würdest du jetzt sagen, es kommen mehr Frauen... Ja, man sagt ungefähr ein Drittel Männer inzwischen. Ein Drittel, aber immerhin zwei Drittel immer noch Frauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel der Film Dirty Dancing, hier, diese Schauspielerin, die hatte ja auch so ein bisschen ein Höckerchen oder irgend so und war sehr erfolgreich. Und als sie sich hat operieren lassen, war es nicht mehr erfolgreich, weil sie diesen Charakter, das Charaktergesicht verloren hatte. Also ich kann mir vorstellen, dass viele auch Schauspieler zum Beispiel, die haben ja auch ein Charaktergesicht oder ein Charaktergesicht. Da macht ja jedes Ding was aus. Und Nase ist natürlich oft ein Charakter. Also wenn bei mir zum Beispiel sagen die Leute, was deine Nase nicht... Ich habe zwar auch so Schokoladenseite, deswegen ist die Kamera jetzt so und ich sitze hier. Aber das ist Schokolade. Und hier ist meine Nase mehr kann Nackenase. Die Leute sagen, denk dann, glauben das nicht. Dann sage ich, guck mal, mach mal ein Foto. Ja, tatsächlich. Ja, durch die Schiefe. Ja, durch die Schiefe. Und hier ist sie gerade, hier wiegt sie gerade vom Blick her. Wenn ich so gucke und wenn ich hier, dann merkt man von... Sieht man mehr Nase. Ja, genau. Sieht man mehr Nase. Ja, du erkennst es. Na klar. Ich sehe dich auch von deiner Nichtschokoladenseite gerade. Ja, das ist krass. Ja, und ich sage mir, das verändert... Selbst bei mir hier die Zähne. Der eine geht ja da, hier sind rüber. Ich habe jetzt keine schlimmen Zähne, aber ich hätte sie auch gerade mit Spange und so. Aber dann werden viele wieder sagen, es verliert, aber das ist bühlend. So kennen wir dich. Und deswegen lasse ich das so erst mal. Und ist es nicht so, dass man da auch... Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, was heißt Kritik, aber... Nee, gar nicht. Aber das ist ja... Das ist eigentlich die Frage, oder das, was ja auch selbst die Patienten mit mir eigentlich als allererstes betonen oder besprechen ist, sie wollen sich ja nicht komplett verändern. Und das schafft in der Regel auch so eine Operation nicht. und das Allerwichtigste ist, sie sollen es auf keinen Fall für irgendjemand anderen machen. Gibt es auch Sachen, wo du sagst, ich könnte jetzt zwar sehr viel Geld damit verdienen, aber ich kann das nicht verantworten? Auf jeden Fall. Also es gibt wirklich Patientinnen, die eben auch mit vielleicht mal ungewöhnlichen Wünschen kommen. Beispiel. Also ich versuche es den Patienten immer so zu erklären. Eine Nase, aus meiner Sicht, ist kein schönes Organ. Egal, wie eine Nase aussieht, kein Mensch wird auf die Idee kommen, sich ein Poster an die Wand zu hängen von irgendeiner Nase. Wohingegen... Das ist geil. Ja, ist so. Aber das ist der Gedanke. Kein Stimmen. Ich kenne niemanden, der eine Nase aufhängt. Aber du kennst doch Poster, die irgendwo hängen von zum Beispiel nur einer Augenpartie. Stimmt, ja. Oder nur ein schönes Lächeln oder sowas. Stimmt, ja. Und du siehst dieses Lächeln und stellst dir den Mensch vor. Und das Lächeln berührt dich oder die Augen berühren dich oder so. Und... Dabei sagt man, man muss sich ja riechen können. Nee, also... Riechvermögen soll nicht beeinflusst werden dadurch, genau. Aber was ich damit sagen will, das Ziel einer Nasen-OP ist eben nicht... Jetzt, pass auf. Entschuldigung. Behalt das. Aber mir fällt gerade was ein, wenn ich dich unterbrechen darf. Es gibt aber auch Nasen-Fetischisten. Und ich weiß, ich hatte das wirklich... Also nicht ich, aber ich mache Autogrammstunden und so. Also noch vor der Corona-Tag. Mal gucken, ob es wieder jemandem klappt. Aber da hat mir einer geschrieben und hat gesagt, pass auf, ich habe einen Freund. Und das ist kein Witz, was ich erzähle. Ich habe einen Freund und der steht auf Nasen. Und ich so, hä? Ich dachte, wir verarschen oder was? Also wirklich, ich habe das auch schon mal erzählt. Die haben gesagt, der verarscht dich. Ich sage, nee. Und jetzt nehme ich den irgendwann mit, darf der mal deine Nase anfassen? Und ich sage, sag mal, will die mich vergaggeiern oder was? Ich dachte, wirklich so. Und es hat sich herausgestellt, es ist wirklich wahr. Aber das war dann nicht mehr Comedy. Heißt ja, was ist das überhaupt für ein Typ? Warum will der meine Nase anfassen? Also der fand meine Nase so geil. Also wahrscheinlich war er vielleicht auch Bi. Aber der fand meine Nase so geil, er würde gerne meine Nase anfassen, ob er das einmal darf. Guck mal, es kommt nicht von ungefähr, weil viele sagen, darf ich mal deine Haare anfassen? Wollte ich das sagen, ja? Darf ich mal das anfassen? Ja, ja, nicht alles anfassen. Aber die Nase anfassen, damit sowas mich noch nie konfrontiert, vor allem meine Nase. Weißt du, wo ich sagte, ich habe so keine Nase anfassen. Und dann habe ich das so weiter, weißt du, und dann bin ich nachts so im Bett gelegen und meine Frau so, was ist denn los mit ihr? Ich habe gesagt, nee, ich kann gerade, ich habe ganz komische Gedanken. Da ist so einer, der will meine Nase anfassen. Und ich weiß, er kommt nächste Woche. Und ich habe gesagt, nee, ich will das nicht. Weil ich stelle mir das vor, stell dir mal vor, wenn du jetzt, sein letzter Wunsch ist, meine Nase anzufassen, er fasst an. Und weißt du, und er so, oh, dann kriegt er was. Geht bei ihm was ab? Ich habe mir dann so Kopfkino gehabt, wenn er dann so, in der Autogrammstunde geht bei ihm was sexuell da ab, weil er meine Nase anfasst. Und ich stelle mir vor, ich würde dann niesen. Und er so, ja, jetzt ist er gekommen. Also, was ich damit sagen will, das ist so, ja, weißt du, das ist schon pervers. Also, ich meine, ich habe ja schon immer, ich habe schon immer gesagt, ich auf Füße gucke und so, aber ich finde gepflegte Füße ist ja jetzt nicht so pervers. Aber Nase anfassen und das. Ja, vor allem angucken und anfassen ist ja immer noch ein Unterschied. Ja, aber hast du das schon mal gehört, dass es solche Leute gibt? Weil du sagst ja, du hast ja eben gerade gesagt, es ist ja an sich nichts Erotisches. Aber wenn du so eine Geschichte hörst und das ist jetzt kein Witz, soll ich dir erzählen. das ist schon. Das klingt witzig, aber es ist kein Witz. Schräg. Also, nee, das habe ich so auch noch nicht gehört. Ich hoffe, da gibt es nicht so viele davon. Ich hoffe auch nicht. Und kam er dann? Bitte? Kam er dann? Der kam. Aber er hat dann nur so geguckt, weil ich habe gesagt, nee, nee, und der Ali war ja Gott sei Dank noch da. Und ich habe gesagt, Ali, bleib bitte in der Nähe, weil ich will nicht, dass irgendeine Nase auch nur so anfasst. So, weißt du, während des Fotos, ah, ich habe angefasst. Weißt du so, also, ich meine, ich mache das, bei meinen Kindern machen mir manchmal so Nase, ich habe deine Nase, weißt du so, oder irgend sowas. Du kennst ja diese Kinder, das ist ja was ganz anderes. Aber, 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 dass man so, dass man da, dass man noch ganz andere Gedanken dabei hat, das war für mich. das habe ich bisher noch nicht erlebt, zum Glück. Siehst du mal, weil ich jetzt, aber deswegen, aber es stimmt schon, also allgemein, abgesehen von diesem Beispiel, wo ich jetzt erzähle, ist es schon so, dass man natürlich sagt, klar, das so vollkommen recht, ich habe noch nie, also es sei denn so, als Kunstfoto vielleicht, dass man so ein Profil sieht von der Nase, oder irgendwie, aber, also worauf ich damit eigentlich hinaus will, ist eben zu sagen, eine Nase ist kein Hingucker, das Ziel auch so einer Operation ist eigentlich, die Nase so unauffällig und natürlich wie möglich zu machen, damit eben der Rest, der eigentlich die Schönheit der Patientinnen ausmacht, ihre Augen, ihr Lächeln oder so, mehr hervorkommen zu lassen. Ja, und die Symmetrie, Genau, eine schöne, symmetrische, gerade Nase, also es muss kein Hingucker werden. und viele, die sich halt zu sehr mit dem Thema beschäftigen, die bringen mir halt dann aus Instagram irgendwelche Fotos von irgendwelchen und sagen, so hätte ich gern die Nase und das ist allein schon eine schräge Vorstellung, weil man kann die Nase nicht so kopieren und das sind dann oft auch so so richtige Hinguckernasen und das ist dann auch nicht mehr schön, sondern eine schöne Nase ist eigentlich eben die, die natürlich und unauffällig ist. Du hast mir mal erzählt, schon länger her, da hast du zu mir gesagt, gerade als mit Corona das angefangen hat, dass du gesagt hast, dass einige Frauen, da und dort würden sie nicht das machen lassen, aber Nasen-OP ist doch okay, so nach dem Motto, auch in der Corona-Zeit, wo du gedacht hast, hä, das ist doch gerade mit Atmen und so, da hast du mir mal irgendwas erzählt, dass da Frauen, dass denen alles scheißegal ist, hauptsächlich Nasen ist in Ordnung. Also die haben schon natürlich verstanden, als es mit Corona losging, dass da irgendwas sich tut da draußen, dass da irgendwie eine Krise ist, dass alle Angst haben und aber die OP wollten sie trotzdem unbedingt durchziehen und wir durften ja eine Zeit lang nicht operieren und haben auch bewusst uns selbst entschieden, nicht zu operieren, also waren zweierlei Gründe, weil man ja gar nicht wusste, was kommt da auf uns zu, welche Gefahren bestehen für uns. Wie war das für dich eigentlich als HNO-Arzt? Ich meine, du bist ja jetzt kein Virologe oder Infektiologe, wie nennt man Infektiologe? Oder irgend sowas, aber ich meine, du kennst tausende Ärzte, du kennst viele Wissenschaftler, so jetzt du, du belieferst mich ja auch immer mit gewissen Ärzte-Informationen, was ich auch mal cool finde, da fühle ich mich immer so ein bisschen so, ich bin im Team. Aber sowas, was ihr mehr lest, was jetzt nicht der normale, Bürger ist so einfach sofort im Kiosk oder oh, ich habe heute im Ärzteblatt, sondern ihr kriegt ja nochmal andere Informationen, sage ich jetzt mal. Aber wie ist das für dich am Anfang gewesen, als es angefangen hat? Hast du das, also das hat ja im Grunde, als wir es erst mal registriert haben, war ja so Januar, glaube ich, Februar, wo man gehört hat, in Wuhan wird was abgeregelt, die Stadt wird abgeregelt. Jetzt mal ganz ehrlich, wie hast du das empfunden? Und ich habe, ich persönlich muss sagen, habe ja empfunden, dachte, okay, das ist erstens weit weg, zwei Chinesen sind sowieso immer krass, die regeln eben alles ab, es war trotz, und vor allem dieser andere SARS-Virus, der davor, der war ja, ist ja hauptsächlich in Asien hängen geblieben, sage ich jetzt mal so. Du hast dann also gedacht, okay, das ist, ne? Ja. Wie war das für dich? Ja, also, zunächst mal, das finde ich ja ganz spannend, dass du das jetzt auch so erwähnst, weil wir hatten ja relativ engen Kontakt so in der ganzen Zeit, also eng, heißt eben, wir haben unheimlich viel gewhatsappt, unheimlich viel telefoniert und so. Machen wir übter. Das ist ja höchstreich. Aber dadurch war mehr Zeit, aber natürlich auch Sorge und wir haben dann viel kommuniziert und ich habe das immer total gern gemacht, nicht nur, weil ich dich mag, sondern eben vor allem auch, weil ich gemerkt habe, wie du in diesem Thema bist und schon wie du jetzt anfängst zu fragen, merkt man einfach, du hast dich da extrem mit beschäftigt, du warst unheimlich belesen, und man hat mit dir wirklich im Detail über Dinge sprechen und diskutieren können. Das ist von einem Professor, er hört, was er sagt. Ja, nein, das muss ich wirklich mal jetzt auch so sagen, weil das war faszinierend für mich. Du warst ja wirklich auf einem Niveau, wo viele Mediziner vielleicht auch gar nicht so waren. Du hast dich wirklich bis ins Detail eingelesen, hast die Studienlage gekannt, hast die Zahlen immer gekannt und so. Das fand ich allein schon immer faszinierend, das hat Spaß gemacht. Ich werde ganz verlegen. Ja, es ist immer so. Und als es dann so losging, genau, erst mal erschien es weit weg, in Wuhan oder in China, irgendwas ist da. Ich bin Anfang Februar, bin ich noch nach Nizza auf einen Kongress geflogen. Da waren dann schon alles, was aus Asien kam, trug Maske, das ist dann noch ein ganz ungewohntes Bild, am Flughafen gewesen. Und irgendwie, man fing so langsam an, ein mulmiges Gefühl zu kriegen, bis dann halt so Anfang März spätestens, Ende Februar, Anfang März, klar wurde, das schwappt auch hier nach Deutschland oder nach Europa. Und die Krankenhäuser fangen an, sich vorzubereiten. Und also da tut sich was. Und das war schon mulmig, weil man wusste ja überhaupt nicht, was kommt da genau auf einen zu, wie gefährlich ist das Virus. Wir haben noch drüber geredet und ich kann es ja mal so locker sagen, wir haben uns ja Gedanken gemacht, wenn man dann auf einem Markt, irgendwann gesehen, auch in Amerika kaufen die Waffen und dies und das. Und dann weißt du, das Geilste war, dass du so auf Spaß zu mir gesagt hättest, ich glaube, vielleicht sollen wir uns jetzt auch mal eine Waffe besorgen und irgendwo was bunkern und uns schützen. Ja, weil es, ob Spaß hin, Spaß her, aber es war so ein bisschen ernst auch, also wo man sich Gedanken macht, natürlich jetzt, wo ich dann zum anderen gesagt habe, hey, kannst du was besorgen, Bruder? Das krasse ist, dass jetzt schon Akademiker und was weiß ich und so Leute wie du dann fragen, nein, also es war alles noch im Spaß, aber ich habe in der Hinsicht gesagt, natürlich gesagt, hey, was ist denn, wenn da wirklich die auf einmal in die Wohnungen gehen und so weiter, weil einfach nichts mehr in Regalen ist. Es hat ja am Anfang wirklich so ausgesehen, ich meine, in Amerika haben die das ja auch noch so propagiert, irgendwie so, dass man sagt, hey, wir müssen uns jetzt schützen, wer weiß, die überfallen haben, wenn da nichts mehr zu essen, gibt in Läden und so, also man hat ja, man hat schon solche Armageddon-Zenarien durchgespielt. Ja, weil man gedacht, jetzt werden die Kränzen zugemacht, kommt dann überhaupt noch was rein. Also, du, das war so eine Unsicherheit und es war, ich weiß nicht, wie dein Gefühl war, aber es war so, man hatte so das Gefühl, da kommt ein Killer-Virus auf uns zu, der ist in uns, innerhalb von Partners, wenn es dich erwischt, bist du weg. und du musst dich jetzt, also, man hat es irgendwie gewusst, so schlimm ist es nicht, aber man war irgendwie dann unsicher, man hat mal das gelesen, dies, das, das, das war so eine ganz komische Unsicherheit. Auf jeden Fall. Und dann sagt Angela Merkel noch, das ist wie im Zweiten Weltkrieg, sowas hat man schon, du denkst, oh Gott, ey, Zweiter was, was geht denn jetzt? Das hat schon so, also das hat schon viel Unsicherheit auch ausgelöst. Auf jeden Fall, also man wusste am Anfang ja eben nicht, wie kontaktiös ist dieses Virus, wie viele Leute stecken sich an, wie schnell durch Berührung, durch Niesen, durch Husten, durch Kontakt auf Oberflächen, traut sich erstmal nicht, den Fahrstuhlknopf zu drücken, in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen, also man wusste ja nicht, wo kriegt man es her und wie schnell verbreitet es sich und halt auch, wie gefährlich ist es. Und dann waren Kinder auf einmal, die noch schlimmer standen da, als die Terroristen, also was ich meine, so die Kinder sind die Träger und auf Kinder müssen wir aufpassen, da waren die Kinder, wo immer, ich habe auch eine Kinderstiftung, wo ich immer sage, Kinder, das ist das Wichtigste, ohne Kinder geht nichts und auf einmal wurden die Kinder so, oh Kinder, die kriegen selber nichts, aber die können alles zerstreuen und das hat schon, das war schon, ich glaube sowieso mit den Kindern, das ist der einzige Punkt, wo ich selbst im Moment, also ich glaube, es ist ganz viel richtig gemacht worden und auch die Lockerungen, die werden jetzt eben, jetzt kann man darüber streiten, zu schnell, zu wenig, zu langsam, wie auch immer, aber wer so viel ist. Wie siehst du das eigentlich? Findest du das jetzt, ist es der richtige Zeitpunkt, dass die Lockerungen, als sie angefangen haben, oder sagst du, oder sagst du, manches war vielleicht doch zu streng, das würde mich jetzt interessieren, weil du bist, wie gesagt, du bist Arzt, es gibt ja viele im Moment auch Ärzte, die dann auf einmal auf YouTube gehen und sagen, denken sie, wissen sie es auf einmal besser, das finde ich auch immer sehr interessant, also einer, der vielleicht nicht mal, also auch Ärzte, die jetzt nicht mal überhaupt damit was zu tun haben, und auf einmal, nur weil sie halt Arzt sind, dann auf einmal, habe ich manchmal das Gefühl, dass sie auf einmal Superstar werden wollen. Also viele profilieren sich da natürlich jetzt auch in der Krise mit schlauen Analysen und schlauen Sprüchen und so, das finde ich, man muss schon den Profis auch trauen in einer gewissen Weise, und ich glaube schon, dass auch so die bekanntesten Virologen, die man so in den Talkshows sieht und so, die sind schon sehr wissenschaftlich, sehr vernünftig, sehr... Wer ist denn dein Favorit? Trost oder Strick? Oder Kikule? Das kann ich so gar nicht sagen. Ich finde die alle auf ihre Art sehr gut. Man merkt natürlich, es ist ein gewisser, wahrscheinlich auch so eine Art Konkurrenzkampf zwischen denen. Also mein Favorit war dann auf einmal der Strick. Der Strick, ja. Ich habe es gemerkt. Ja, weil der gesagt hat, ja Leute, also wenn man jetzt das anfasst oder das anfasst, darüber geht es nicht. Und dann unsere Studie zeigt, dass zum Beispiel Friseur, dass man sich über den Friseur gar nicht anstrengt. Es war so ein bisschen, der hat so ein bisschen diese... Wie soll ich sagen? Vielleicht auch das gesagt, was man gerne auch mal hören will. Es hat so Perspektive gezeigt. Und der Mensch braucht Perspektive, der braucht Hoffnung, der braucht irgendwie so... Oh Gott, das ist doch nicht so ein Killer-Virus. Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja sagen, er hat auch zumindest... Er war der Erste, der Daten hatte, wirklich auch verlässliche Daten. und jetzt kann man immer aus wissenschaftlicher Sicht sagen, okay, es ist trotzdem nur ein sehr kleiner Kreis. Ist der so auf ganz Deutschland übertragbar? Wie repräsentativ sind seine Daten wirklich? Aber es waren zumindest mal Daten aus dieser Heinsberg-Studie, die einem auch ein bisschen Mut gemacht haben, dass es eben nicht so ansteckend ist, wie man denkt, dass nicht jeder in der Familie das zwangsläufig kriegt, wenn es einer hat. Es gab Familien, die haben zwei Wochen in Quarantäne zusammengelebt. Einer hat es gehabt und die anderen haben sich gar nicht angesteckt, was ja Mut gemacht hat. Man hat ja am Anfang, Herbert Drosten zum Beispiel, hat ja auch erst gesagt, irgendwie ja, also man kann davon ausgehen, wenn es die Mama oder der Vater hat, kriegen es alle. Dann haben es die ganze Familie. Und dann hat man jetzt festgestellt, es ist gar nicht so. Es gab manche, die haben richtig Antikörper schon gebildet gehabt und haben aber gar nichts gekriegt. Die Kinder nicht, die Frau und die Frau war dann richtig enttäuscht. Die sind interviewt worden und dann war die Frau richtig enttäuscht. Jetzt muss ich weiter. Ich dachte, ich habe jetzt Antikörper und bin für ein Jahr erstmal für mich so sicher immun. Und dann hat sie gesagt, jetzt muss ich doch noch aufpassen. Also so, also was, die waren dann fast enttäuscht schon, dass sie es dann doch nicht gehabt haben oder gekriegt haben. Obwohl die in einem Haushalt waren und mit dem Mann und so weiter. Das finde ich ja das Krasse. Das heißt, unser Immunsystem wehrt anscheinend doch gewisse Dinge dann doch noch ab. Also, ja, aber man muss ja dann eigentlich auf eine Art das gemacht haben, ohne Antikörper zu entwickeln. Also es ist eigentlich so medizinisch kaum erklärbar, sondern einfach hat das Virus keine Lust auf die gehabt offensichtlich. Also hat die gar nicht gefallen. Deswegen, das ist ja das Krasse an diesem Virus, was mich so verunsichert. Ich habe manchmal das Gefühl, klar, man weiß es so statistisch gesehen, wenn man immunschwach ist oder viele alte Leute oder beziehungsweise mit Vorkrankungen, dass sich das da sehr schlimm werden kann. Das sieht man in Amerika, sieht man in Frankreich, sieht man auch bei uns, aber da muss ich sagen, habe ich manchmal so das Gefühl, dass dieser Virus irgendwie sagt, ach, den mache ich fertig und den nicht. Genau. Also es ist so, und manche spüren was, manche spüren gar nichts, manche kriegen noch richtig brutal Fieber zehn Tage lang. Also es ist so, du hast nicht so eine, sagst, okay, jetzt, das ist das, was den Menschen auch unsicher macht, glaube ich. In Frankreich zum Beispiel haben die es nicht mal verstanden, dass die Menschen hier in Deutschland auf die Straße gehen. Ich habe keine Leute, Bekannte und Verwandte auch in Frankreich, Paris, und die sagen, wie, in Deutschland sind sie auf die Straße gegangen? Wieso? Warum gehen die auf die Straße? Gegen Corona? Also ja, gegen die ganzen Regelungen. Also gut, Impfpflicht ist ja jetzt, haben die ja gesagt, offiziell jetzt, gibt es nicht bei Corona, Impfpflicht, aber wahrscheinlich so, wenn du nicht geimpft bist, dann kannst du nicht in dieses Land oder kannst du nicht, weißt du nicht, ja, das weiß man noch nicht, genau was kommt. Anderen, so, nee, du musst dich nicht impfen lassen, aber wenn du dich nicht impfst, das weiß man noch nicht, aber zumindest mal ist es jetzt mal auf offizieller Kanzleramtsseite gesagt worden, es gibt keine Impfpflicht. Aber die Leute gehen trotzdem auf die Straßen, weil sie nicht so richtig dran glauben, weil sie denken, Mundschutz brauchen wir nicht, sind ja auch ohne Mundschutz da demonstriert, wo ich dann auch sage, hey, dass Corona da ist, das ist doch jetzt mal ganz klar und ja, so ganz nachvollziehen kann, also ich verstehe natürlich, dass es Unmut gibt und dass es Ängste und Sorgen gibt und wenn ich allein eure Künstlerbranche mir angucke, die tut mir natürlich wahnsinnig leid, da ist Auftritt erst mal auf lange Zeit vielleicht nicht möglich oder wer weiß, das war das wieder bis 31.8. und ich meine, man muss auch dazu sagen, klar, es gibt dieses Autokino, wo die im Auto sitzen jetzt und so, was ich auch mache und so, was so ein kleiner Ersatz ist auch, was auch mal gut ist, um rauszukommen und zu spielen vor Leuten, aber dieses, was sie jetzt sagen, im Kino haben die jetzt geöffnet und so, aber da dürfen ja durch die Abstandsregelung, dürfen ja nur so und so viele Personen rein und dann noch mit Abstand, das heißt, bei meinen Theatern oder Arenen, da bringt das ganz, weil ich müsste ja in manchen Orten, wo schon so und so viele Tickets verkauft worden sind, müsste ich ja den Rest wegschicken und das kannst du nicht machen. Also das bringt uns in der Kulturszene, bringt uns diese leichte Lockerung erst mal nichts. Klar, dass da natürlich auch ein Mordsfrust da ist und auch bei allem Verständnis, was ihr wahrscheinlich auch habt, trotzdem traurig seid, dass es im Moment nicht geht und auch finanziell natürlich, wahrscheinlich auch zum Teil schlecht dasteht und so. Also ich verstehe natürlich, dass es Unmut gibt, aber ich glaube, man muss trotzdem irgendwie, erst mal hat das ja niemand ausgedacht, um irgendjemand anderen zu ärgern, sondern da ist ein Virus gekommen. Das ist ja das, da kommen wir zu diesen Verschwörungstheorien. Was sagst du zu diesen ganzen Verschwörungstheorien? Es sind ja, da sind wir uns glaube ich auch einig, alle, die auf die Straße gehen, sind jetzt nicht alle Verschwörungstheorien, sondern da spielt auch Unsicherheit mit, da muss man auch immer aufpassen und jeder hat auch eine Meinung. Und ich finde auch eine Meinung, die vielleicht nicht so ist, wie die Kanzlerin sagt oder so oder wie auch immer, muss ja nicht gleich, oh da ist Verschwörungstheorie, da muss man auch aufpassen, weil sonst ist man genauso so krass mit den Urteilen wie die. Hallo, ich bin's, die Anneliese und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin doch ganz verschwitzt, heute ist so warm, ich bin gerade am schminken, naja, ihr seht mich jetzt halt so ein bisschen blass, aber ich halte mich fit, man sieht's vielleicht, und zwar hier, ich hab's gerade die App aufgemacht und das heißt 8fit oder 8fit, 8fit ist Englisch, gell, ja, noch ein bisschen lernen, das heißt 8fit und das ist eine Fitness-App für alle, die nicht täglich 1-2 Stunden Zeit fürs Fitnessstudio haben, ja, also in der App, das ist ganz toll, da findet ihr zum Beispiel Workouts, Ernährungsplan, Meditation und Tracking, ja, 8fit, das ist, versteht ihr, ein holistischer Ansatz an das Thema Gesundheit, eine App, um den Menschen zu helfen, also helfen tun tun, ihre Gewohnheiten nachhaltig zu verändern, ist das nicht toll, und erhältlich im App Store oder Google Play Store, also bessere Werbung kann man noch nicht machen, ne, und extra für diese Podcast-Hörer gibt's, Achtung, jetzt gibt's für euch einen Rabatt, einen Rabatt, nicht Elhamdelbalbatt, nein, Rabattaktion bis zum 5. Juli 2020 und unter www.8fit.com strich strich honorstar gibt es sogar 50% oft, das heißt, wenn ihr euch, ich muss genau, das ist das falsche Klopp vorlesen, wenn ihr euch dort anmeldet, zahlt ihr im ersten Jahr 40 Euro anstatt 80 Euro, ist das nicht toll, also habt ihr 200% gespart, ja, rechnet mal, zu spät gerechnet, nehmt's einfach an, den Link findet ihr nochmal hier in den Shownotes. Aber es gibt schon diese Verschwörungstheorien, wo ich dann auch manchmal sage, hä, entweder die haben zu viel geraucht, oder die waren, sind vor Corona eingeschlafen, er ist jetzt aufgewacht, oder so, weißt du, also, dass es den Virus gibt, ist doch erstmal klar, und dass, dass, dass gewisse Abstandsregelung auch wichtig ist, um sich nicht anzustecken, finde ich auch logisch, dass vielleicht in manchen Bereichen vielleicht zu streng beurteilt wird oder nicht, oder zu krasse Maßnahmen kann sein, aber ich möchte auch nicht Politiker sein und sagen, jetzt entscheide ich mal, weil wenn du zu locker, so wie Trump, der es erstmal gar nicht wahrgenommen hat und gesagt hat, ach, das kriegen wir im Griff, wo jetzt so und so viele Tote schon haben, oder Leichenberg, oder Johnson in England, genau so, der Johnson zum Beispiel in England, der hat es selber gekriegt und dann hat er gemerkt, dass es doch scheiße ist, wenn du es kriegst, und dann wurde er auf einmal streng mit den Maßnahmen, also, was ich damit sagen will, macht es doch mal besser, wenn, hab du mal die Verantwortung, weil der Trump, der wird jetzt richtig verurteilt, deswegen, dass er zu locker war am Anfang, in Neuseeland wiederum, wird die auch krasse, Ausgangssperren hatten und alles, die wird jetzt gefeiert, diese Premierministerin, also, die wird richtig gefeiert von ihrem Volk, also, und in Frankreich gehen sie auch nicht auf die Straße, sondern finden es gut, also, in vielen Ländern feiern die ihren Präsidenten, nur in, ich hab so das Gefühl, hier, Angela, es gibt ja sogar Leute, die sagen, muss man sich mal vorstellen, es gibt sogar Leute, die sagen, die Angela Merkel, die wollte einfach, dass die Leute, weil sie kam ja aus dem Osten, die will einfach mal, dass sie ein bisschen auch mal kennenlernen, was es heißt, Schlange zu stehen, nicht reißen, Schlange stehen, nicht alles in den Regalen zu haben, also, das muss man sich mal vorstellen und keiner hat es gemerkt, nein, aber, aber, das ist so Dinge, wo ich dann sage, ey Leute, jetzt irgendwo, also, irgendwo ist doch mal Schluss, also, ich meine, ey, das, du wirst doch, du wirst krank, durch, nicht Corona, durch solche Theorien wird man doch krank. Ja, also, ich hab auch das Gefühl, die Leute tun sich da keinen Gefallen, ich meine, ich verstehe, oder, wenn man sich mit so Verschwörungstheorien beschäftigt, dann ist ja so, dass man so, wenn man so, so arbeiten von, es gibt ja so richtige Lehrstühle und Forschungsprofessuren für solche Entwicklungen und das finde ich ganz spannend, sowas zu lesen und wie sowas entsteht und im Grunde ist es, um es ganz banal runterzubrechen, ja so, ein großes Ereignis braucht irgendwie auch eine große Geschichte, also, was weiß ich, wenn die Lady Di stirbt, weil sie vor einen Pfeiler gefahren ist mit dem Auto, dann ist irgendwie so, ganz viele haben die bewundert und geliebt und fanden die toll und viele haben ja gesagt, weil sie mit einem Moslem kreiert war oder, dass sowas geht nicht ins Königshaus, dass man gesagt hat, das können wir nicht akzeptieren, dass die vielleicht noch einen Moslem heiratet, das war ja auch so, das stand ja auch so. da ist es einfach zu banal zu sagen, naja gut, die ist halt dummerweise vor den Pfeiler gefahren, sondern irgendwie will man da eine Erklärung haben dafür und sucht dann nach solchen Verschwörungen oder dass da irgendwie mehr dahinter steckt und oder mit 9-11 gab es ja auch tausend Verschwörungstheorien und jetzt ist es so genauso, dass da vielleicht einfach ein Virus von einer Fledermaus auf den Mensch übergegangen ist und jetzt plötzlich die ganze Welt lahmlegt, ist irgendwie so banal, dass man denkt, das kann doch nicht sein, da muss mehr dahinter stecken, da muss irgendwie... Naja, was klar ist natürlich, ist, dass China das erstmal unter Kontrolle kriegen wollte und erstmal nicht viel geredet hat. Also das glaube ich schon. Das glaube ich schon, dass die gesagt haben, macht mal jetzt da nicht so das so Publikum in der Welt, das kriegen wir schon im Griff, jetzt niemand, da jetzt keine Panik schüren, so nach Motto. Ich glaube auch am Anfang haben sie gesagt, sie können es noch einfangen so für sich, haben aber dann glaube ich schon Anfang, ich glaube 4. Januar oder so, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, also ziemlich früh dann doch schon dieses komplette Genom entschlüsselt von dem Virus und der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Und dann hat gesagt, Leute, so sieht es aus, fangt an Medikamente oder Wirkstoffe zu entwickeln. Aber die Ärzte, die dort gestorben sind. Ja, das war halt dubios am Anfang. Das ist schon komisch, weil die dürfen nichts sagen und auf einmal ist der Arzt, der entdeckt hat, diesen Virus, so ein junger Kerl, war plötzlich tot, gestorben von dem Virus, den er entdeckt hat. Das denke ich dann, das ist so komisch. Also das muss man, da muss ich sagen, dann bin ich vielleicht auch in dem Moment Verschwörungstheoriker, aber weißt du, was ich meine, da macht man sich schon Gedanken. Ist das wirklich alles so? Wobei selbst hier auch einige sagen, das, was in China so passiert und dass da ja eine Diktatur herrscht und so weiter, dass da auch vieles kontrolliert wird, das liegt ja auf der Hand. Also das ist jetzt keine Verschwörungstheoriker, das ist so, aber das sind halt so. Klar, das ist natürlich ein Nährboden auch für mehr, was da noch kommt an Ideen, aber wie gesagt, da jetzt zu glauben, die Merkel steckt dahinter oder ein Bill Gates steckt dahinter. Ja, wie siehst du das mit Bill Gates? Das sagen ja auch viele, weil ich meine, er ist halt Milliardär, okay, aber... Genau, aber der spendet unglaublich viel Geld und steckt es in die Forschung, hat sich da irgendwie auf diese Thematik auch so ein bisschen, sag ich mal, spezialisiert. Natürlich unterstützt er die WHO mit viel Geldern und so wie ich das verstanden habe, sind halt die Gelder auch immer zweckgebunden bei der WHO. also wenn er jetzt viel Geld spendet, kann er auch so ein bisschen mit beeinflussen, in welche Richtung das fließen soll und darüber kann man bestimmt auch streiten, weil es vielleicht andere Themen gibt, die auch viel Hilfe bräuchten, Finanzhilfe und so, aber es ist halt nur so, der beschäftigt sich mit dem Thema. Ich glaube aber nicht, dass man daraus dann ableiten kann, dass der irgendeinen fiesen Geheimplan verfolgt. Und was aber mit dieser Afrika-Geschichte, der angeblich in Kenia war da anscheinend beteiligt, dass Frauen von so und so einem Alter, die schwanger werden, der war ja gegen Tetanus oder irgendwas, haben sich impfen lassen und da haben die afrikanische Regierung auch irgendwann gesagt, wir brauchen das gar nicht und außerdem die Frauen, da war in diesem Impfstoff noch drin, dass die Frauen nicht schwanger oder dass die, dass es zu schwangeren Abbruch schafft. Ja, tatsächlich, da weiß ich auch nur so viel, was man in der Presse gelesen hat. Das sind ja so Sachen, klar, ich habe die Berichte gesehen und so weiter, ich habe auch die Interviews gesehen und das ist natürlich klar, es ist komisch, der eine sagt so, der andere so, aber ich, wie gesagt, ich habe keine hundertprozentige Beweise dafür und deswegen möchte ich da nicht sagen. Aber das ist ja genau das, womit diese Verschwörungstheorien spielen, dass die nehmen irgendwas aus dem Zusammenhang, was vielleicht sogar auch beweisbar ist, aber was völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist oder was eben nicht beweisbar ist und tun das eben überbetonen in ihrer Theorie und alles andere, was wissenschaftlich basiert ist, quasi auslassen oder verleugnen oder sagen, das sei ja gemainstreamt durch die Presse oder irgendwie und dadurch entsteht ein verrücktes Bild, also verrückt von verrutscht, im Sinne von verrutscht und teilweise eben auch wirklich verrückt und das ist eigentlich schade und ich finde eben auch schlimm, dass im Moment, ich verstehe auch, wir haben ja zum Glück diese Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit und man darf ja auf die Straße gehen, wenn man irgendwie unzufrieden ist mit irgendwas, aber ich empfinde, auch wenn ich die Demos sehe, so eine gewisse Undankbarkeit, weil ich glaube, kein Land hat die Kurve so gut gekriegt wie Deutschland, wir haben eben nicht volle Krankenhäuser gehabt, wir haben nicht hohe Todeszahlen erlebt und haben parallel Spanien, Italien, Frankreich sehen müssen oder auch New York, wo es wirklich schlimm war und ich bin mega dankbar, dass es bei uns so gelaufen ist und wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Nachhinein betrachten, man weiß es ja immer noch nicht genau, vielleicht waren wir auch teilweise zu streng, who knows, aber es hat auf jeden Fall sich ausgezahlt und ich glaube, am Anfang haben ja auch wirklich alle, waren, sag ich mal, motiviert, haben Einbußen hingenommen, haben mitgemacht. Und hast du Angst, dass es wieder so eine zweite Welle kommt? Zweite Welle kommt? So die Art, wenn im Herbst, sag ich mal, Grippe wiederkommt und? Also ich sag mal, wenn man der Logik dieses Virus folgt, dann muss es eigentlich passieren. Wir lockern jetzt, es ist aber immer noch so eine gewisse Basis da an Erkrankten, die rumlaufen. Unter eins, ne? Genau, solange die noch unter eins ist, ist fein, aber es gibt halt noch, ich glaube, 15.000, 20.000 Infizierte in Deutschland. Klar, die meisten sind erkannt, die sind in häuslicher Quarantäne, aber es gibt wahrscheinlich eine gewisse Dunkelziffer, die da draußen rumläuft, das Virus trägt und halt jetzt zunehmend auch verbreitet. Jetzt du als Arzt, du bist ja damit konfrontiert. Du bist ja in deiner Praxis, H&O, auch noch Hals, das heißt, du bist ja richtig, du musst den Leuten in den Hals gucken, wir wissen, Corona ist, vermehrt sich hier im Rachenraum. Also du bist ja da richtig konfrontiert damit eigentlich. Ich meine, wo willst du denn wissen? Denn manche haben ja gar kein Fieber. Also sie gehen dann, die wissen ja nicht mal, dass sie Corona haben. Oder du selbst sagst. Wir hatten ja tatsächlich auch bei uns, wir haben wieder angefangen zu operieren in der Praxis und direkt in der ersten Woche, wir machen natürlich bei jedem Patient, den wir operieren, so ein gewisses Protokoll, Fragebögen, Fiebermessen, häusliche Quarantäne vorher und dann zwei Tage vorher einen Abstrich und da war direkt in der ersten Woche eine dabei, die positiv war, von der überhaupt nichts zu ahnen war. Ich hatte selbst keinen Kontakt zu ihr, aber die war eben bei uns in der Praxis zur Vorbereitung zur OP. Wir haben einen Abstrich gemacht und der war positiv. Und die wusste nichts davon, die hat sich gut gefühlt, die war gesund, aber die ist eben genauso eine asymptomatische Trägerin, die dann eben draußen rumläuft oder jetzt auch wieder in Restaurants geht oder auf irgendwelche Plätze oder so. Ich meine, ihr habt ja das dann gesagt, die muss ja dann in Quarantäne, oder? Also in dem Moment, wo der positiv war, wird das direkt ans Gesundheitsamt gemeldet. Die kamen dann gar nicht mehr zu uns, sondern direkt das Gesundheitsamt hat sich mit der, genau, und die ist dann zwei Wochen in Quarantäne, wird beobachtet. Also die Sicherheitsmechanismen greifen da mit Sicherheit, aber für uns, wir waren selbst erschrocken, weil wir gedacht haben, guck mal, jetzt wollen wir wieder loslegen, fangen an Abstriche zu machen bei eigentlich völlig gesunden Patienten und zack, ist direkt eine dabei, die eine Trägerin ist. Und jetzt so eine, die jetzt Corona hat, so wie jetzt sie, aber jetzt nicht so Symptome, heißt das dann auch, dass sie dann auch Antikörper bildet? Oder das heißt das auch noch nicht? Das weiß man eben nicht genau. Vielleicht nicht zwangsläufig. Das heißt, wenn ich jetzt Corona habe, muss es nicht unbedingt heißen, dass ich danach auch immun bin. Ja, man geht zwar davon aus, aber man weiß es eben nicht genau. Wie du vorhin gesagt hast, es gab ja Familien, wo dann auch niemand positive Abstriche hatte und auch keine Antikörper gebildet hat. Man aber denkt, naja, wenn es einer in so einem engen Haushalt hat, dann müssten doch die anderen vielleicht symptomlos bleiben, aber wenigstens Antikörper, Immunität entwickeln. Aber das haben ja auch viele nicht. Ich habe ja so einen Test gemacht. Ja, weiß ich nicht, ob ich das hier sagen darf. Das darfst nur du sagen. Ich habe einen Test ja gemacht und ich bin negativ. Und ich war irgendwie auch, weil ich hatte ja irgendwie Ende Februar, so Schüttelfrost und so irgendwas und dachte ja, okay, aber das kann ja natürlich, da hat man nicht so gedacht, sondern aber so im Nachhinein, dass ich glaube, hatte ich dieses Jahr auch irgendwie mal Schüttelfrost, Eierstadt, ich glaube, ich habe mal Schüttelfrost, sowas. Und dann habe ich keine Antikörper. Also das heißt, ich bin Gott sei Dank vielleicht auch noch nicht damit konfrontiert worden, aber irgendwo auch enttäuscht, so schade, ich bin doch nicht immun. Aber jetzt mal du als Arzt, würdest du jetzt hier Impfstoff, 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 Medikament, also meine Mutter ist ja eher so drauf, dass sie sagt, sie hofft eher auf ein Medikament, aber sie würde sich nicht so gern impfen lassen, weil sie sagt, sie weiß gar nicht, was da alles drin ist. und weil man noch diese jahrelange Erfahrung hat, wie mit anderen Impfstoffen, wo man sagt, okay, Masern hat sich, oder gegen Polio, Kinderlähmung und so weiter, das hat sich bewiesen, dass es notwendig ist und dass es auch gut ist. Und die Nebenwirkungen sind so gering, dass man sagen kann, das ist schon wichtig, dass man sich dagegen impfen kann. Oder die meisten erkennen, das macht Sinn. bei so einem Impfstoff, weil man nicht weiß, in welche Richtung geht, würdest du jetzt als, ganz ehrlich, ohne jetzt irgendwie, ja, das ist ja, weil die Ärzte wollen solche Fragen nicht eigentlich hören, weil sie sagen, entweder kriegst du einen riesen Shitstorm oder nicht, aber würdest du dich impfen lassen, wenn es jetzt einen Impfstoff gibt, würdest du sagen, ja, sofort hier, fupp, rein, spritze, yippie, oder? Das kann ich ganz ehrlich beantworten, also im Moment würde ich mich auch nicht drum reißen, Ich hätte, Und warum? Natürlich, ja, weil ich auch vor diesem, also, ich glaube klar ist, wenn jetzt ein Impfstoff kommt, dann ist der mega gepusht worden und hat zwar schon so die gewisse Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studie durchlaufen, deshalb dauert es ja auch noch, aber natürlich alles beschleunigt, an kleineren Fallzahlen vielleicht und wie auch immer, also, er ist schneller entwickelt worden, als jeder andere Impfstoff eigentlich entwickelt worden wäre. Also hat man natürlich so eine gewisse Grundangst, dass da vielleicht auch was übersehen worden sein könnte und deshalb mag man nicht so der Erste sein, der da geimpft wird und weil man dann so ein bisschen das Gefühl hat, man ist doch noch Versuchskaninchen für so einen Impfstoff. Versuchskanacke. Und deshalb, und im Moment, wo die Zahlen schön rückläufig sind, kaum noch infiziert rumlaufen, hat man auch nicht das Gefühl, man hat ja, man glaubt ja im Moment mit Hygienemaßnahmen, Abstand halten, Hände waschen und so, hat man die Sache im Griff. Wenn jetzt natürlich eine zweite Welle kommt und die vielleicht sogar härter wird als die erste, man weiß es nicht, und dann aber parallel ein Impfstoff kommt, dann sieht die Sache wahrscheinlich anders aus und man muss es einfach situativ entscheiden. Aber wie ist es, würdest du sagen, ein Medikament, wird dir auch lieber? Also so nach dem Motto, Corona kriegen ist das eine, wenn ich es kriege, aber dann lieber kriege ich Corona und habe aber ein Medikament, wo ich sage, dann habe ich zwei Tage vielleicht mal Fieber, aber dann kommt dieses Medikament, dann geht es mir besser. Würdest du sagen, würdest du einem Medikament mehr trauen? Ja, sagen wir mal so, ein Medikament würde ich halt nur dann nehmen, wenn ich überhaupt erst mal betroffen bin. Ja, sehr klar. Und damit wäre ich in einer Situation, wo ich dann quasi in Anführungszeichen gezwungen bin, auch zu handeln. Impfstoff würde ich ja eben als gesunder mir geben lassen und würde mich dann ein theoretisches Risiko aussetzen, sodass vom Bauchgefühl her würde man natürlich sagen, dann lieber ein Medikament. Auf der anderen Seite nur durch eine flächendeckende... Das Remdesivir da, das ist ja im Moment so... Ja, da gibt es ja so relativ uneinheitliche Studien. Manche sagen, es bringt was, manche sagen, es bringt nichts. Ich denke, da wird an vielerlei, sag ich mal, Ebenen noch geforscht und da kommen bestimmt noch andere Medikamente. Klar, das wäre natürlich sexy, ein schönes Medikament zu haben, was wirkt. Aber in letzter Konsequenz kann ich es nicht sagen, weil ich glaube, man muss es, auch wenn ein Impfstoff kommt, dann wird der ja nicht flächendeckend für alle erstmal angeboten, weder als Pflicht noch freiwillig, sondern man wird als erstes die Risikogruppen impfen, an zweiter Stelle wahrscheinlich das medizinische Personal und dann erst die breite Bevölkerung. Wir sind ja... Ja, Entschuldigung. Und wenn tatsächlich zweite Welle käme und man wieder große Sorgen um die Risikogruppen haben muss, die sind dann vielleicht auch freiwillig eher bereit zu sagen, komm, bevor ich mich jetzt wieder wochenlang im Altersheim einsperren lassen muss, keinen Besuch haben, dann lasse ich mich halt impfen. Oder medizinisches Personal, die ja auch einem ordentlichen Risiko ausgesetzt war, also die, die jetzt auf Intensivstationen gearbeitet haben, also in Italien... Du bist ja im Krankenhaus. Wie ist es denn... Aber ich hatte keinen Kontakt, sage ich mal, zu diesen Corona-Patienten. Ja, aber du kennst doch das Krankenhaus hat ja ihre Bereiche und du weißt ja, wie es aussieht mit den Betten und Personal und so. Jetzt, wie ist es... Gut, wir reden jetzt von Mannheim. Wie ist es da? Hast du gesagt, dass, oh, da gab es dann mal die Zeit, also März, April, sage ich jetzt mal so, wo du gesagt hast, oh, da waren kaum noch Betten da? Oder würdest du sagen, es war immer ausreichend alles da, auch Personal, würdest du sagen, das war... Oder sagst du, weil, du hast mir mal gesagt, ja, ist doch richtig, also wenn es losgeht, so richtig vorbereitet sind wir doch gar nicht, wie die immer sagen, wir sind vorbereitet, was der Spahn immer gesagt hat, wir sind super vorbereitet. Das war ja... Ja, am Anfang waren es ja vor allem so die Schutzmaterialien, Schutzkittel, Schutzmasken und so. War ja am Anfang ja nichts da. Das war echt knapp und da war ja ein richtiger Run und Wettbewerb um diese Maßnahmen und sodass also am Anfang eben auch auf den Intensivstationen behandelt wurde, ohne ausreichend Material zu haben und das war natürlich auch gefährlich fürs Personal oder es wurde halt sehr... Das ist Fakt, das war so, du warst ja vor Ort. Ja. Wenn man dich nicht fragt, wer soll es sonst... Also es war zumindest so, dass es sehr, sehr knapp war, dass teilweise eingebrochen wurde in die Kliniken und dort Schutzmaterial geklaut wurde und damit gedealt wurde und so, sodass dann die Sachen wirklich weggeschlossen werden mussten, geschützt werden mussten und dann nur einzeln gegen Unterschrift ausgegeben wurde und so. Also es wurde schon streng limitiert, damit es nicht ausläuft. Das Infektionsmittel war das ja auch auch nicht toll. Am Anfang war es echt... Habe ich ja auch noch zu dir gesagt, hey Bruder Frank, kannst du mir was besorgen? Na klar. Ja, also es war schon irgendwie eine Ausnahmesituation, die ich so noch nie erlebt habe und die ich auch nicht so noch mal erleben möchte. Deswegen sollte man doch in Deutschland einfach beim nächsten Mal, bei der nächsten Pandemie, was hoffentlich so in der Art oder gar nicht mehr kommt, klar, aber es wird ja irgendwann wiederkommen wahrscheinlich und ich hoffe nicht mehr in unserem Leben, aber ich meine, ich habe 44 Jahre lang, ich bin jetzt 44, ich habe sowas noch nie erlebt gehabt, sowas. Und also schon, dass Krankheiten, hörst du dies, das, jenes, okay, aber so mit Ausgangssperre und so haben wir alle noch nie erlebt. aber man muss doch daraus lernen jetzt, dass man sagt, okay, wir dürfen uns nicht, diese Globalisierung, wie es immer, ja, schön und gut, aber gewisse Dinge müssen wir doch selber wieder produzieren. Und das hat jetzt nichts mit Nationalismus zu tun, sondern es ist einfach zu sagen, hey, du siehst doch, was los ist, wenn die Grenze zu ist, da, da, man muss doch wieder, damit könnte man ja auch viele Arbeitsplätze schaffen, wenn man sagt, wir produzieren das selber in eigenem Land und lassen uns nicht da abhängen, was vor allem medizinische Geräte angeht, Mundschutz, dralala, all diese Sachen, das muss man doch in eigenem Land oder würdest du sagen, ja, ich weiß nicht, ob man das so einer Firma vorschreiben kann oder darf oder so, also zumindest muss man dafür sorgen, dass Lager gefüllt sind. Aber der Staat muss doch das sagen, der Staat muss doch sagen, wir müssen jetzt das vorrätig haben, und wir müssen alles schon machen. Also Vorräte schaffen, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig und man hat schon das Gefühl, dass so ein bisschen so ein Gang zurückschalten von der Globalisierung irgendwie der Welt auch guttun würde oder dem einzelnen Land auch guttun würde. Ob man das von oben so verordnen kann oder ob das einfach Entwicklungen sind, die passieren, ich bin mal gespannt, also wir wissen ja alle noch gar nicht, wie es so in der Weltwirtschaft dann wieder weitergeht, ob es doch einfach wird wie vorher oder ob manche auch. Was ist denn dein Gefühl? Was denkst du, die Menschen werden, wenn sie die Leute wieder sehen und wenn sie sagen, wenn es mal besser, selbst wenn Corona absolut eingedämmt ist und man hat es unter Kontrolle, meinst du, die Menschen werden wieder zur Normalität finden, also so dieses Handshake oder werden wir doch eher wie die Asiaten, oder so? Nee, ich glaube, also mein Gefühl sagt, das wird wieder ganz normal. Ja, aber ich höre da die und die Meinung, die sagen, also man wird Hygiene, weil es so jetzt in unserem Hirn ist, also ich sage jetzt mal, ob positiv oder negativ, aber so eine Hirnwäsche in uns drin ist, Hände waschen, Hände waschen, Desinfektion, so, dass man schon so drauf ist, dass man vielleicht das beibehält, ich meine hier in Kongo mit Ebola und so weiter, begrüßen die sich teilweise nur noch so, obwohl die jetzt ein Mittel dagegen haben, Medikament, Impfstoff auch und das ist ja wirklich ein Kieler-Virus, also das ist ja da, über so ein Virus, da können wir vom Glück reden, die ganze Welt, dass das da in diesem Gebiet sozusagen geblieben ist und nicht, ne, weil das ist ja so innerhalb von ein paar Tagen gibt es diese inneren Blutungen und alles, und da begrüßen die sich aber trotz allem, also trotz Impfstoff und allem begrüßen die sich nur noch so, so machen die, wenn du in dem Gebiet bist. Und, ne, so wie wir es jetzt hier auch machen. Ja, kann man natürlich letztlich nur spekulieren, aber mein Gefühl sagt, es wird wieder normal. Ich hoffe. Also in Frankreich oder in Italien oder so, sich da nicht zu umarmen oder mit Küsschen zu begrüßen und so, das kriegen die ja auch nicht raus aus sich. Also im Moment zwingen sie sich, das nicht zu tun, aber ich glaube in dem Moment, wo die Angst nicht mehr da ist und die ist dann doch... Aber was ist mit den alten Leuten? Das ist ja das meine Mama, die ist 78. Hast du noch Mama und Papa? Ja. Beide, ja. Und wie alt sind die denn, ich vorhin habe, auch in dem Alter? Die sind 76. Ja, also auch in dem Alter wie meine Mutter. Nimmst du den Arm? Nee. Nee, im Moment tatsächlich sind wir auch innerhalb der Familie vorsichtig. Wie macht man das dann, selbst wenn du jetzt, sag mal, es ist der Impfstoff da. Deine Eltern sagen, Beispiel, ich lasse mich aber nicht impfen. Okay. Medikament, so, ist vielleicht da, aber würdest du dann sagen, okay, jetzt umarme ich sie trotzdem? Aber die Gefahr ist doch dann immer noch da, dass man die dann doch anstecken kann und dass es ganz stimmen wird. Also es hängt natürlich immer von der Umgebung ab, also Umgebung meine ich jetzt, wie sind die Zahlen in Deutschland? Kursiert das Virus noch oder ist es einfach ganz weg? Wenn es ganz weg ist, dann muss man ja auch gar keine Angst mehr haben. Wenn da irgendwie noch so ein Grundrauschen da ist und so, klar, dann... Man sagt ja, aber die sagen doch schon, wir müssen mit diesem Virus leben. Da wird immer da, so wie der Grippevirus so irgendwie. Das heißt, ich kann ja immer wieder anstecken. Also man kann... Also wenn dem so ist, also wenn es jetzt, sage ich mal, auch wie das Grippevirus mutiert, sich verändert, immer wieder in anderer Form zurückkommt und uns ärgert sozusagen, dann werden so Maßnahmen wahrscheinlich aufrechterhalten bleiben. Hängt also wirklich... Aber du glaubst nicht dran, dass es so bleibt? Ich glaube schon, dass es irgendwann verschwindet, entweder durch den Impfstoff oder durch die Maßnahmen, die man so betreibt. Aber dann wäre es doch, wenn man weiß, das ist das, was mich so verrückt macht, wenn man weiß, dass dieser, das ist auf jeden Fall immer da, dieser Virus. Und es gibt die einzige Möglichkeit, um 100% sicher zu gehen, dass die Mama es nicht kriegt, bleibt doch eigentlich dann nur noch die Möglichkeit zu sagen, okay Mama, lass dich impfen oder wir lassen uns impfen. Aber im Grunde genommen muss sie sich impfen lassen, weil sie ja nicht nur mit uns dann in Kontakt ist, weil sie geht ja auch mal einkaufen, sie macht das, macht jenes. Das heißt, da bleibt es doch nur noch die Möglichkeit für die Eltern oder Leute. Ja, oder es gibt bis dahin vielleicht auch noch viel schnellere Testverfahren. Oder Medikamente? Nee, auch einfach Testungen. dass du eben, sagen wir mal, machst einen Abstrich, hast zehn Minuten später dein Ergebnis, machst den zu Hause und weißt, okay, ich habe es nicht, ich bin safe, jetzt kann ich die Mama besuchen und umarmen. Das ist glaube ich so, dass... Da wird es glaube ich darauf hinauslaufen, dass also die Tests, die gehen jetzt... Wie schnell? Sind die ihr Tests im Moment? Also wenn wir jetzt im Moment zum Beispiel morgens abstreichen, unsere Patienten, die wir operieren wollen, haben wir eigentlich am Abend schon das Ergebnis. Ganz selten am nächsten Tag, aber eigentlich am Abend. Das geht schon ziemlich schnell. Schön schnell. Ja. Aber natürlich muss es noch schneller gehen. Weil so stelle ich mir das zum Beispiel auch vor, was Theater und so angeht. Also wenn die Leute sagen, wir wollen ohne Mundschutz, wir lachen und uns, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man, wenn das innerhalb von, sag ich mal, innerhalb von ein paar Sekunden gehen würde, dass man sofort, so wie beim Schwangerschaftstest, geht ja glaube ich auch relativ schnell. Sorry, du bist hier. Ich meine, ich frage jetzt mal die Frau. Es geht ja. Drei Minuten, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel Leute, die kommen jetzt alle, man kannte ja am Eingang zumindest mal so lange, dass eben noch aktuell ist mit dem Virus. Man könnte es doch so machen, weil ich habe das auch mal gehört von Veranstaltern, dass die, wenn man so schnell den Test hätte, könnte man die Leute, dann dauert zwar die Einlasszeit ein bisschen länger, aber das wäre eine Möglichkeit zu sagen, ey, kommt so und so viel Uhr schon, weil wir müssen gewisse Tests machen. Dann drei Minuten gucken, okay, rein, 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 rein. Das heißt, alle könnten dann schnell, könnten sich frei bewegen in diesem Raum. Im Prinzip schon. Also ich glaube, dass das schon, ob das jetzt praktikabel ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber bei tausenden von Menschen ist das natürlich schon schwer, jedes Mal hier testen, das kostet ja auch viel Zeit. Vor allem, die kommen ja nicht alle auch gleichzeitig, werden auch nicht alle gleichzeitig getestet, alle nach drei Minuten, alle, sondern, ey, sicher, sondern die kommen ja mal hier, dann kommt zehn Minuten später der nächste zu. Es ist schon, logistisch ist es schon sehr schwierig, aber es ist, es ist so, es macht mich, es macht mich verrückt. Dieses, auch mit meiner Mutter, die ich umarmen, kann ich sie umarmen, war nicht. Und so, das macht mich halt, ich meine, das wird wahrscheinlich so sein, wie du sagst, ja, das macht man halt vor einen Test. Und in den Fällen geht es dann, dass man die Mama dann, und bei den jungen Leuten sagt man, okay, wenn ihr es kriegt, es gibt ein Medikament, es wird nicht sterben dran. Ich glaube, das macht auch schon viel aus, weil die Angst macht uns doch auch kaputt, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, guck mal, hier in Mannheim jetzt bei uns, ist, glaube ich, die Infektionsrate so im Schnitt jetzt in den letzten Tagen so gewesen, null bis vier oder so. Ja, genau. Pro Tag. Ja. Das heißt, um das jetzt mal zu sagen, ich war nicht so der Statistiker, aber habe ich zwar Statistik machen müssen, weil ich Politik studiert habe, Philosophie, aber habe es auch bestanden. Aber jetzt mal, ohne jetzt einen Prozentsatz, aber wenn wir, wir haben, wie viele sind infiziert? Also schon 160? In Mannheim ist, in Deutschland? In Deutschland weit? 180.000. Ja. Also positive Tests und ich glaube 20.000 im Moment noch, noch nicht ausgeheilt sozusagen. Und also, klar, in so einer Stadt wie Mannheim mit so geringen Infektionszahlen überhaupt jemandem zu begegnen, ist, die Chance ist schon extrem klein. Das heißt, es ist wie, wenn ich Lotto spiele und bin, mache ich einen Checkpoint. Das heißt, das muss man, also, um sich das mal bewusst zu machen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier in diesem Raum oder hier rausgehe aus dem Büro und einen treffe, der infiziert ist und mich anstecken kann, ist annähernd null. Aber halt nur annähernd null. Das muss man sich immer klar machen. Also deshalb, ich glaube, man muss jetzt nicht voller Angst da draußen rumlaufen und das ist ja auch das, was viele... Viele sind ja auch schon genesen. Das Problem ist, glaube ich, dieses Erklären. Wenn man heißt, oh, Neuinfizit, Neuinfizit, dann denkt man ja sofort, die stämen es alle. Weißt du also so? Nee, also es klingt so manchmal, weißt du, so und so viel Neuinfektion und man muss aber auch dazu sagen, viele sind ja auch darunter wieder geheilt. Das ist ja auch wichtig. Was ich damit sagen will, ist so, man soll das schon ernst nehmen alles, um Gottes Willen, aber man muss auch mal den Leuten auch mal positiv, weil das wird nie so dargestellt. Also zumindest mal, ja, ist schon besser geworden, aber es muss auch mal gesagt werden, hey, es sind aber auch schon viele gesund. Ja, wir beide haben ja auch oft drüber geredet, über diesen sogenannten schwedischen Weg. Ja. Ob der besser ist oder nicht. Ja genau, ist der besser? Was würdest du sagen? Naja, also, sagen wir mal so, ich hatte viel Kontakt auch zu Kollegen, zum Beispiel aus Stockholm. Okay. Und das war ganz interessant. Ich meine, die Schweden haben ja sehr auf Freiwilligkeit gesetzt. Nicht so auf Zwang. Ja. Aber jetzt zum Beispiel die Jungs, die ich da kenne aus Stockholm, die sind, die gehen gern essen, die gehen gern in Kneipen auch mal feiern und so. Und die haben auch gesagt, Frank, glaub doch nicht, dass wir hier ausgelassen feiern. Ich war in den letzten zwei Monaten vielleicht zweimal essen. Und wir gehen hier auch nicht in Restaurants und wir gehen auch nicht in die Kneipen. Aber die sind halt einfach diszipliniert, von alleine. Die sind von sich aus diszipliniert, aber letztlich hat die Wirtschaft, kam glaube ich gestern oder vorgestern auch in den Nachrichten, die hat genauso gelitten wie bei uns in Deutschland auch, weil eben kaum noch Restaurantbesuche und kaum noch Reisen und so weiter. Also sprich, die Konsequenzen für die Wirtschaft sind dieselben wie bei uns auch. So unterschiedlich war der Weg eigentlich nicht. Und das, was wir im Moment haben, jetzt von den Grundschulen mal abgesinnt. Interessant, weil viele haben immer gesagt, der Kollateralschaden ist in Schweden am geringsten. Weil die, ich denke, was in einem vielleicht sind sie uns voraus, ist das Psychische, dass hier Menschen psychisch mehr gelitten haben. Ja, die haben halt immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie haben selbst die Kontrolle über die ganze Sache. Sie sind nicht so gezwungen worden in irgendwelche Situationen. Und es hat sich sicherlich auch ausgezahlt, obwohl die Sterberaten schon ungefähr dreifach höher sind als bei uns. Also die Opfer, wenn man so will, waren ein bisschen größer. Aber so unterm Strich, glaube ich, ist der Unterschied gar nicht so riesig, wie das manchmal gern so dargestellt wurde, als wäre das so komplett anders. Und ich glaube, so wie wir es im Moment haben, ist es so ein bisschen das schwedische Modell, wie die die ganze Zeit gefahren haben. Einziger Unterschied sind halt die Kitas und die kleinen Kinder, die eigentlich jetzt halt auch mal wieder in die Schule müssten. Aber so diese Vernunft und die Freiwilligkeit und die Hygienemaßnahmen, wenn man die, glaube ich, in Zukunft weiter gut befolgt, dann muss man eigentlich auch gar nicht so doll Angst haben. Ich habe zum Abschluss noch ein paar, es gibt eine verrückte Sache, die ich noch mit dir machen will. Okay. Die machen wir zum Abschluss. Gerne, ja. Das muss ich kurz noch was dazu sagen. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, ich würde dir gerne so ein paar Stichworte, du sagst kurz noch was dazu, also jetzt nicht lange, sondern so ein, zwei Sätze vielleicht. Ich würde dir gerne so ein paar Stichwörter sagen und was dir dazu einfällt. Angst. Angst würde ich sagen, ist was, was man haben muss, weil es auch Respekt vor gewissen Situationen ist. Angst darf einen aber nicht beherrschen. Corona? Schreckliches Virus, schreckliche Krise, die wir aber toll gemeistert haben bisher. Angela Merkel? Großartig aus meiner Sicht, wie die das gemacht hat. Wir schaffen das. Genau, wir schaffen das und mit viel Ruhe und ohne Selbstverliebtheit doch eigentlich eine gute Krisenlenkerin. Familie? Das Allerwichtigste im Leben. Gesundheit? Das Zweitwichtigste. Oder vielleicht auch das Allerwichtigste. Ich weiß nicht, was höher zu werden ist. Nasen? Nasen, das Allerwichtigste überhaupt. Nein, Quatsch. Ey, Frank, das ist so super. Es heißt ja Radio Onasta, Radio anders, aber auch anders im Sinne von Bülent. Wir machen ja auch witzige Sachen hier in diesem Podcast. Wir machen aber auch mal so Sachen, wo witzig, aber hauptsächlich auch heute mal informativ war. Also wirklich, muss man sagen. Es hat ein ganz anderes Niveau dadurch, dass du natürlich als Professor, Doktor da sitzt. Ja, aber auch das mal von ärztlicher Seite, weil ich glaube, ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, auch so einen Freundeskreis zu haben und Leute wie dich zu kennen, der auch mal seine Seite so rüberbringt und hoffentlich auch bei euch. weil ich finde es total super, dass du hast richtig authentisch gesprochen, du hast aber auch gesagt, hier, das fand ich super, dass du es auf der einen Seite gelobt hast, was jetzt passiert ist, aber auf der anderen Seite vielleicht auch gesagt hast, es kann sein, dass es da zu streng war, mit Corona zum Beispiel, oder dass du dich auch nicht impfen lassen würdest sofort oder wie auch immer, dass du das erst mal abwägen willst. Das finde ich auch gut und das finde ich auch ehrlich, weil ich habe eigentlich im Grunde fast die gleiche Einstellung in der Hinsicht, absolut. Ja, und ich bin froh, dass du da auch zu meinem Freundeskreis zählst, weil es ist immer ein guter Adler. Ja, das kann ich ja nur zurückgeben. Ich freue mich auch mega, dass wir so gute Kumpels sind. Ich meine, wir hätten noch über vieles anderes reden können, natürlich, aber ich denke, wenn man so tausend Themen angeht, ich meine, du hast ja auch verrückte Sachen erlebt, aber jetzt zum Abschluss muss ich sagen, Leute, ich kenne ja den Frank schon viele, viele Jahre und du bist immer, also wenn man dir begegnet, du siehst nicht aus wie Nowitzki, sondern, guck doch mal, der könnte fast der Bruder sein vom Nowitzki und ich mag Nowitzki sehr. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde ihn so von seiner Art her auch sympathisch und so bodenständig, das bist du auch. Aber du hast oft die Ruhe weg, also ich habe, du bist so manchmal so ein Typ, also so kommst du mir vor, da könnte jetzt eine Atombombe nebendran explodieren, du könntest sagen, wartet mal, erst mal gucke ich mir die Nase an. Also was ich damit sagen will, du hast so eine Ruhe weg und ich habe dich noch nie schreien gehört und noch nie irgendwie in dieser Art und deswegen kommen wir zu dieser, die ich einfach jetzt mal so erfunden habe, diese Rubrik, Schreihals. Okay. Weil ich weiß, ich bin Mettler und ich habe dich noch nie schreien gehört oder nie so Metal-mäßig und so, noch nie was gehört von dir, dass du oder so und einmal Professor Doktor verdammt Krankes Einmal Metteln hören. Ja, und zwar, was weiß ich, es gibt ja dieses Yeah! Ja, ich will dich einfach mal, lass mal die Sau raus, kannst du das einfach machen? Soll ich einmal Yeah machen? Also richtig, aber so richtig. Okay, aber warte, dann mache ich auch meine Haare auf. Okay und Yeah! Nein! Das ist so, du musst richtig, das war zu leise, das war viel zu leise. Du musst richtig, stell dir mal vor, deine Familie, ich muss noch das härter erklären, deine Familie wird bedroht, alles, da musst du Gas nehmen. Ich will einmal, da muss ich mich aber einmal auf die Bühne fühlen, so als will ich ganz da hinten die Leute noch erreichen. Ja genau, aber so richtig brutal. Okay, Achtung und Yeah! Er bleibt einfach H&O-Arzt. Aber das ist das Gute. Also wie gesagt, jetzt müssen wir trotzdem noch unser Handy disziplinieren. Das ist ja auch so was, das stimmt. Das liegt daran, man ist sich so nah und irgendwann kommt man sich nach und dann muss er, aber wir haben noch nicht am Gesicht gefasst. Aber wie gesagt, es war mir echt eine Freude, dass du hier warst und wir sehen uns ja auch so öfter, aber es ist natürlich ungewohnt, mal einen Podcast zusammen machen, aber ich glaube, das war für mich mal wirklich Radio-Owners, weil ich mir jetzt ein bisschen natürlich auch vorkommen bin, ein bisschen wie Lanz. Markus, Verzeihung, aber so ein bisschen so, dass man jetzt so ein Interview, wo man wirklich Informationen kriegt und die irgendwo Sinn machen, die man nachvollziehen kann und die ich total interessant fand auch. Also vielen, vielen Dank und bleib gesund, Frank. Du auch, vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, unsere Freundschaft kann nichts brechen. Genau. Auch kein Korolla. Also alles Gute und schaut wieder rein oder hört wieder rein. Wenn es heißt, Bülens Podcast, Radio Onnerstag. Hahaha. Hahaha.